Im heutigen Video gucken wir uns mal das 4K Ultra HD plus Blu-ray Steelbook zu Rippy an. Ein abgefahrener Creature Horror aus Down Under mit Michael Biehn, wie wir das hier auf der Rückseite der J-Card schon sehen können. Und darin geht es einfach um ein Killer Zombie Känguru, das eine Kleinstadt im australischen Outback terrorisiert. Die 4K Scheibe kommt inklusive HDR und Dolby Vision daher. Das sehen wir hier vorne auf der J-Card und auf der Innenseite haben wir dann auch schon das nächste Projekt von Cape Light Pictures im Steelbook, nämlich Project Silence, aber darüber reden wir dann, wenn es soweit ist. Wir gucken uns jetzt erstmal das Steelbook zu Rippy an. Das ist grundsätzlich matt gehalten, hat aber eine schöne glänzende Veredelung hier am Schriftzug und auch so einen leichten Metallikeffekt auf diesen Wunden von dem Killer Känguru. Also das gefällt mir sehr gut. Im Original heißt der Film ja auch The Red. Das sollte man vielleicht auch im Hinterkopf behalten, wenn man vielleicht mal auf unterschiedliche Titel stößt. Hier am Spine hatten wir nochmal den Titelschriftzug, schön leserlich, ebenfalls glänzend veredelt. Genauso wie diesen Schriftzug, wäre es ein Outbreak in the Outback. Also das ist schon halber Zungebrecher hier hinten drauf. Und der ist dann auch, wie gesagt, hier glänzend veredelt. Ansonsten geht dieses Motiv von der australischen Landschaft hier von der Vorderseite eben weiter. Also das gefällt mir gut. Und wir haben dann eben auch so eine Sonnenuntergangsstimmung. Das passt eigentlich auch ganz gut zum Film. Dann gucken wir uns mal die inneren Werte dieses Steelbooks an. Haben auf der linken Seite schon mal Michael Biehn, wie er hier halb am Ausflippen ist. Von dem Motivfall her ganz gut gewählt. Ja, so ein doppelseitiges Motiv eher auf der linken Seite, damit man ihn ganz gut erkennen kann, wenn man das Steelbook rausnimmt. Und unterhalb der Disc geht dann dieses Motiv weiter. Sehen wir gleich. Wir haben jetzt hier nur noch zum einen eben die 4K Ultra HD Scheibe und dann auch die Blu-ray. Spiegelt jetzt ein bisschen arg mit diesen Innentrays. Aber ich denke mal, jetzt wenn man es auch ein bisschen schräger hält, dann kann man es ganz gut erkennen. Also wie gesagt, von der Motivfall her, vom Innenprint ganz gut gewählt. Und auch gut, dass der Innendruck hier farbig ist. Nicht wie bei manchen anderen Steelbooks, wo es dann schwarz-weiß ist. Also vom Konzept her von diesem Steelbook, denke ich mal, kann man nicht großartig meckern. Dann können wir uns noch kurz das Disc-Menü angucken. Das kann man wahlweise auf Deutsch oder Englisch starten. Wir haben eine Kapitelauswahl und die Möglichkeit, zwischen einer englischen und einer deutschen DTS-HD Master 5.1-Tonspur zu wählen. Bei den Extras sind leider nur ein paar Trailer und Filmtipps mit dabei. Und dann können wir auch schon kurz zur Bildqualität kommen. Die ist recht ordentlich ausgefallen. Man sieht es auch hier schon am Hund, am Fell, jede Menge Details zu erkennen. Genauso wie im Gesicht von Michael Biehn. Und auch dieser Bodymantel, den er da anhat, der sieht richtig cool aus. Kommt auch kräftig von den Farben rüber. Und auch da kann man jede Menge Details erkennen. Ansonsten bei den weiteren Screenshots sieht man auch diesen coolen Filmlook. Der Film sieht hochwertig aus. Das ist schon mal ganz gut. Ob der Film was taugt, das könnt ihr dann in meiner Filmkritik erfahren. Ja, ich habe eine ausgewöhnliche Filmkritik zum Film verfasst. Verlinke ich euch gerne noch in der Infobox. Wir sehen es aber hier an den Beispielbildern, dass eben die Details, der Kontrast und auch das Licht und die Stimmung im Dunkeln passen. Also das ist eben von der Bildqualität her auf jeden Fall recht in Ordnung. Und auch da kann man ebenfalls nicht großartig meckern. Und zum Abschluss gibt es noch einen kurzen Ausblick auf unser Killer-Zombie-Kanguru. In diesem Sinne soll es das gewesen sein mit dem heutigen Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, meine lieben Filmfreunde. Und Servus.